Das Pensionskonto neu und wie Sie am besten damit umgehen. Erklärt in 80 Sekunden. Das ist Lukas. Lukas hat, wie fast alle in Österreich lebenden und arbeitenden Menschen, einen Brief von der Öffentlichen Pensionsversicherungsanstalt bekommen. In dem Brief geht es um das Pensionskonto neu, aber so richtig schlau wird er daraus nicht. Was bedeutet Pensionskontostand? Kann ich meinen Pensionskontostand abrufen? Was ist die Kontoerstgutschrift? Und kann ich mir das Geld jetzt schon auszahlen lassen? Außerdem, wird meine Pension wirklich so klein ausfallen? Also ruft Lukas seine Generali Kundenbetreuerin an, die ihm alles rund ums Pensionskonto neu erklärt. Und damit Lukas in der Pension nicht mit weniger Geld auskommen muss als heute, rät sie ihm dazu, privat vorzusorgen. Sie stellt ihm eine individuelle Lösung zusammen, die er in den kommenden Jahren an seine aktuelle Lebenssituation anpassen kann. Haben auch Sie Fragen zu Ihrem Pensionskonto neu? Wissen Sie, ob Sie in der Pension genügend Geld zur Verfügung haben werden und wie Sie eine eventuelle Pensionslücke abdecken können? Sprechen Sie mit Ihrer Generali Kundenbetreuerin oder Ihrem Kundenbetreuer darüber. Wir beraten Sie gerne. Generali. Unter den Flügeln des Löwen.